Ich bin Andreas Neumann aus Münster und seit 2014 hier als Anwalt tätig. Ich mache ausschließlich Baurecht und Immobilienrecht. Im Baurecht geht es um sehr hohe Summen zumeist. Also der Streitwert von einem großen Bauvorhaben ist dann oft sehr enorm. Und dann geht es um Existenzen und dann darf wirklich nichts schieflaufen. Das ist ganz gefährlich. Im Grunde sind die Möglichkeiten, wo ich helfen kann, sehr vielfältig. Spätestens bei Vertragsverhandlungen sollte man zu mir kommen. Ich prüfe dann den Vertrag. Ich gucke, ob das mit meinem Erfahrungswissen gut gehen kann. Das Risiko, dass da so richtig Fallstricke im Vertrag drin stecken, das wird vermindert. Das ist eine unglaublich spannende Materie, weil es um Technik auch geht. Es geht eben nicht nur um das Recht. Ich habe auch sehr viel Interesse an Technik. Und ein Anwalt, der sich auch an Technikfragen auskennt und so ein bisschen auch die Sprache der Mandanten und der Sachverständigen sprechen kann, der ist den anderen Anwalt natürlich enorm voraus.